Mario ist uns als Zelt der Spiele bekannt, aber das war nicht immer so. In dem Nachfolger des Arcade-Klassikers Donkey Kong mit dem Namen Donkey Kong Junior hat Mario die Rolle des Bösewichts angenommen und Donkey Kong eingesperrt. Mario sieht auf dem Cover auch deutlich gemeiner aus. DK Juniors Aufgabe in diesem Spiel ist, Donkey Kong aus Marios fiesen Clown zu befreien. Für mehr coole Fakten abonniert meinen Kanal.